ARD Text im Auftrag von Funk 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 Perfekt. Matura mit dem Fokus auf die Story und Ocarina of Time mit dem Fokus auf das Gameplay. Ja, genau. Und ich hab's ja schon öfter erzählt. Inzwischen nicht mehr ganz so stark, aber schon immer noch. Aber früher halt nur war ich eigentlich rein auf Gameplay aus. Alles andere hat mich eigentlich nicht interessiert. Und da war Maturas Mask einfach nicht mehr so gut wie Ocarina of Time. Deswegen war ich damals, glaube ich, so enttäuscht davon. Aber erst ist es wirklich so. Erst jetzt, wo ich's nachgeholt habe, hab ich mir gedacht, eigentlich ist das schon auch cool. Also inszeniert und dargestellt und so weiter. Aber das war damals für mich, hat mich das einfach nicht angesprochen irgendwie. Da wollte ich coole Bosskämpfe. Es war viele. Nicht nur vier. Und die Titanen sehen auch bescheuert aus. Hey, könnt ihr zwei euch mal ein bisschen voneinander trennen? Und wie soll ich denn nur einen von euch beiden umbringen, wenn ihr euch aneinander klebt wie Spaghetti? Sehr furchtbar. Au, und dann auch noch hier so Kombos. Das haben wir gerne. Ach, jetzt komm schon. Ich muss den noch einmal kurz anpupsen. Dann ist er tot. Aber ich krieg's nicht hin, weil die echt scheiße sind gerade. Na, danke. Meine Güte. Ich hasse das Spiel manchmal. Nee, ich vergesse bei dem Spiel ehrlich gesagt immer, dass man blocken könnte. Das hilft nämlich manchmal. Bei den meisten Attacken ist einfach ausweichen und wieder draufhauen das Beste. Das mache ich fast immer. Manchmal sollte man tatsächlich blocken. Frage Nummer zwei. Besiege den Musikanten. Wen haben wir denn da? Das ist denn nur der Musikant. Eher er, oder? Wobei, schick ist eher... Er ist eher ein Tänzer. Der Musikant ist eher schick. Aber es ist im Zelda-Universum nicht immer jeder irgendwie Musikant. Ich hab schon das Gefühl. Au, au. 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 Jetzt haut der ab. So, danke schön. Da gibt's ein Herzchen-Topf. Achso, wir haben... Wir brauchen keine Herzchen. Na dann, wunderbar. Weiter zum nächsten. Mein Gott, warum haben die denn den letzten Dresselraum so weit weggeparkt? Das ist ja seltsam. Na gut, können wir ein bisschen Wiese zerhauen. Vielleicht gibt's ein bisschen Magie und Special Moves. Trotzdem komisch. Oh Gott. Der Clodo den Text muss ich nachher lesen. Nach der Mission. Hahaha. Moment, warte mal was. Moment, warte mal was. Die Unterschiede zwischen europäischer und amerikanischer Version war mal so krass. Äh, die Japaner hatten den dritten Spielstand, aber keine Speicherfunktion an Eulen-Statuen. Aha. Die Audioqualität war schlechter und die Plattform zum Labor am Meer war höher, sodass man nur mit dem Zoras-Sprung aus dem Wasser da rauf kam. Aha. Aha. Interessant. Das ist ja echt seltsam. Hi, echter Tobi. Wie geht's? Oh, jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen. Die obere Tür ist zu, die untere ist zu. Warum bauen die denn den Raum so weit weg? Ach, warte mal. Ich hätte... Ich hätte einen kürzeren Weg laufen können, sehe ich gerade. Naja. Jetzt sind wir auch da. Besiege den Wasserbewohner. Da ist sie. Die machen es ja nicht leicht, die beiden. Oh, sind die nervig. Das ist echt schlimm. Okay, Ruto. Komm mal ein bisschen. Jetzt, Sheik. Geh doch mal weg jetzt. Ich habe Sheik schon fast so viel abgezogen wie ihr. Naja, nicht ganz. Zum Glück. Okay, das ist gut. Okay, ich glaube, das war's. Besten Super-Tag gehabt. Ein paar Videos geschnitten. Ich habe heute auch schon... Oh, ich muss noch... Gut, dass du das sagst. Ich habe noch Witcher aufgenommen, aber muss noch hochladen. Und ich jetzt nicht mehr hochladen, weil wenn ich während des Streams hochlade, gibt es immer wieder Probleme mit dem Internet. Da ist die Upload-Geschwindigkeit einfach nicht gut genug. Deswegen muss ich das nachher unbedingt noch machen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Und dann gäbe es morgen wieder kein Witcher. Das ist auch leicht zu erraten. Es gibt meistens irgendwas, das ich vergessen habe. Das kann man einfach mal so in den Raum stellen. Und meistens stimmt es dann. Irgendwas vergesse ich eigentlich immer. Meine letzten Streams muss ich auch noch Richtung YouTube verfrachten. Das macht es nicht sympathisch. Na dann, immerhin. Das macht nämlich das Leben nicht unbedingt leichter. Irgendwas etwas Gutes. Schicks-Mütze haben wir bekommen. Sehr gut. Wenn wir jetzt hier siegen, einfach C-Rang reicht, dann können wir hoch und eventuell Tingles freischalten. Ich glaube, ich habe noch nie mit Tingles gekämpft. Ich habe den noch nie in Aktion gesehen. Bin gespannt, wie die Tingles umgesetzt haben. Hier gibt es auch keine spezielle Belohnung für irgendwen. Das heißt, wir können hier Horror-Kit mal einpacken, den wir jetzt aber erst ein bisschen hochleveln müssen. Und das finde ich teilweise, vor allem wenn man einige Monster-Teile und sowas, Upgrade-Materialien zusammen hat, ein bisschen umständlich. Dass man wirklich immer auf alles klicken muss und kurz warten muss und dann die Nachricht wegklicken muss. Da würde ich mir einen Alles-Was-Geht-Auf-Einmal-Bitte-Upgraden-Knopf wünschen. Weil bei immerhin doch irgendwie 30 Charakteren oder sowas kann das teilweise ein bisschen lästig werden, wenn man so wie ich dann ein bisschen in den Verzug kommt und nicht immer fleißig upgradet, sondern einfach mal 50 Stunden spielt und dann mal wieder eine große Upgrade-Session macht, dann sitzt man schon mal ganz schön lange. Das ist ein bisschen nicht so gut. Aber gut. Okay, The Cluedo. Dankeschön. Mach's gut. Bis bald. So. Vor allem das auch immer. Das ist wirklich... Es ist einfach echt nervig, dass immer, wenn ich hier aufbessern will, eine Nachricht kommt, ob ich wirklich aufbessern will und die Standard-Antwort ist Nein. Man muss quasi immer aktivieren, rüberlenken, also bestätigen, rüberlenken, bestätigen, warten, bestätigen, zum nächsten lenken und nochmal. Also die haben das schon so nervig gemacht, wie möglich, habe ich das Gefühl. So, Level 10 Horror-Kit nehmen wir mal mit der Feen-Ocarina. Link nehme ich als Fail-Safe mit, falls der Schwierigkeitsgrad zu hoch ist und er einfach mal alles weg hauen muss. Und dann nehmen wir noch... Dann nehmen wir noch... Es ist ja eigentlich wurscht. Nehmen wir noch Zelda mit. Falls du Dragon Quest XI noch nicht gespielt hast und das habe ich noch nicht gemacht, kann ich dir das für 24 Stunden Stream nur empfehlen und das habe ich vor. Da wird einem in den ersten 50 Stunden schon mal nicht langweilig. Vor allem zur Mitte hin bekommt es so einen Final Fantasy VI-Moment. Ja, das ist cool. Ich habe mir extra Dragon Quest XI geholt und ich überlege sogar, ich spiele mit dem Gedanken, mir sogar noch Dragon Quest Bilder 2 für den 24 Stunden Stream zu holen, weil da könnte man dann auch bestimmt etliche Stunden noch mal reinstecken. Aber ich will nicht so viel Geld ausgeben eigentlich für den 24 Stunden Stream. Andererseits habe ich ja quasi auch viel Spendengeld zusammengekriegt, sonst würde es den nicht geben. Aber andererseits, na ja. habe ich schon echt viele Spiele gekauft, nur für den 24 Stunden Stream. Da schauen wir mal, was Horror-Kit kann. Das finde ich so komisch. Man hört es jetzt wahrscheinlich nicht wirklich, weil das Spiel auch nicht so laut ist, glaube ich, im Stream, oder? Aber Horror-Kit spielt immer auf seiner Ocarina, wenn er angreift, aber er spielt immer nur eine Note und die spielt er immer wieder. Warum? Warte, ich sag mal nix. Ah, na gut. Er macht immer warum? Warum? Okay. Kämpfen wir mal gegen eine riesige gepanzerte Superspinnenkrabbe Dingens Kirchen hier. Oh, das ist ja gut. Das haut er die Monster-Leiste runter. Cool. 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 Okay, cool. Auch Mist, habe ich übersehen. Aber nett, dass er gleich wieder einen Laser macht. Da können wir jetzt vielleicht sogar schon... Oh, das ist ja wirklich krass, wie der Angriff die Verwundbarkeitsleiste runterzieht. Voll cool. Das ist ein ziemlicher Rekordkill hier. Nein, der lebt noch. Ah. Er lebt noch. Okay, aber jetzt ist er weg. Oh, jetzt hat's nicht so gut funktioniert gerade. Fällsam. Jetzt wird er robuster anscheinend. Ungewöhnlich. Naja, gut. Keine Ahnung. Er steht ein bisschen schräg. Vielleicht liegt's daran. Auf jeden Fall ist er jetzt gesiegt. Ich muss eh nur die Riesenmonster besiegen. Was haue ich überhaupt normale Truppen mit meiner Ocarina-Flöte? Aber ist schon gut, dass ich nicht mit Link spiele, damit wir die anderen auch mal hochleveln, weil es kriegt wirklich immer nur der Erfahrungspunkte, den ich steuere. Die anderen sind quasi nur Statisten. Solange bis ich das Kommando übernehme. Irgendwie ist Horror-Kit in den Spielen ein ziemlicher Dragonball-Charakter eigentlich. Schießt Laser aus seinen Augen, irgendwelche Energiekugeln, verteilt Kinnhaken. Und fliegt. Dragonball-Sat. Ja. So, jetzt hat's wieder gut funktioniert mit Leiste senken. Ja, hey, die sind heute echt kooperativ, die beiden. Machen ständig ihre nervigen Laser. Also, ist gut, dass sie die machen. Ups, jetzt hab ich mich verdrückt. Das war nicht die gute Kombo. Manchmal versteht man überhaupt nicht, was los ist bei den großen Kindern. Also, ich als Spieler schon, aber so als Zuschauer wahrscheinlich so gut wie überhaupt nicht teilweise. Okay. Ich wollte gerade sagen, finish him, aber leider doch nicht. Trotz der Freezer's Deathball. Ah, so knapp. Ah, schade, schade. Na, komm. Mach nochmal ein Lasern, dann haben wir es hinter uns. Schieß dein Laserauge, bitte. Krabbel doch nicht lang rum. Ah, das geht auch, ja? Okay, puh. Das war knapp. Ah, jetzt haben die ihn tatsächlich gekillt. Das hab ich auch noch nie gesehen, dass die so ein großes Monster killen. Jetzt krieg ich nicht mal Loot dafür. Abstauber. Unverschämtheit. Das war halt wirklich knapp. Naja. Bilder zieht sich da stellenweise schon eher gerade. Ja, gut, aber ich will ja eh nicht irgendwie zwölf Stunden spielen, aber halt ein paar. Auf die Ernte warten und so, ja. Aber ob ich überhaupt so weit komme, das weiß man eh nicht. Ah, ja, cool. Das ist eigentlich Resi 3 streamen. Dich hast du das schon, hast du das schon beantwortet. Äh, das würde ich wahrscheinlich, wenn, dann eher als richtiges Let's Play rausbringen, glaube ich. Das werde ich vermutlich einfach, damit ich auch Special Videos zu dem Thema machen kann. Wenn es rauskommt, irgendwie schnell in einem Schwung privat durchspielen und dann nochmal vielleicht ein Let's Play machen. Oder ich mache ein Let's Play innerhalb von zwei, drei Tagen und produziere gleich alle Folgen vor, dass ich es beim ersten Mal durchspielen schon mitfilme. Aber ich würde es schon gern so schnell wie möglich durchspielen, damit ich anfangen kann, Special Videos zu machen. Und da müsste es schnell gehen. Da kann ich nicht aufnehmen währenddessen. Und vor allem, wenn man Let's Play fallen einem auch viele Sachen nicht auf, weil man mit dem Kopf doch woanders ist. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall würde ich das bestimmt irgendwie verarbeiten. Das ganz sicher. Okay, schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Ah, hier brauchen wir auch einen Eispfeil. Eispfeil ist Scheißpfeil. Heißt es doch so schön. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt Eispfeile suchen. Und ich glaube, der schnellste Weg führt hier an der Küste entlang. Na, dann hilft's nix. Hier gibt's immer eine neue Fee, freizuschalten. Ach, das ist ja auch ziemlich cool. Dann machen wir das. Hier gibt's also eben einen Herzcontainer für Link. Dann werde ich wohl Link nehmen. Ich bin mir immer nicht sicher, dass immer blöd ist, dass jetzt der junge Link oder der erwachsene Link, der da abgebildet wird. Ich muss mal schnell einen Referenzpunkt suchen, wo ich mir sicher bin. Aber sicher bin ich mir nirgends. Aha, das ist der erwachsene Link. Das sieht genau gleich aus. Das ist dann der junge Link. Ah, okay. Das kann ich mir merken. Der erwachsene Link hat richtige spitze Elfenohren. Quasi ungefähr so. Und der junge Link, der hat ganz kleine winzige Ohren. Also das ist der junge Link hier. Dann nehme ich auch den jungen Link, weil für den gibt's ein Herzteil zu finden und einen Herzcontainer zu freizuschalten für A-Rang. Aber das heißt erst, dass wir ihn wieder upgraden müssen. Die Musik passt super, finde ich. So Fahrstuhlmusik. Der Fahrstuhl zur Hölle. Und das ist auch ein bisschen nervig, aber bringt halt wirklich viel für den Charakter. Es ist nicht nur notwendig, sondern das Spiel macht dann auch mehr Spaß, wenn man sich die Zeit hier nimmt. Weil man einfach mehr Möglichkeiten hat. Okay, cool. Das Wichtigste hat er. Alles noch ausbaufähig, aber das ist schon cool. Und Resistenzen holen wir uns natürlich auch. Erstens ist es doof, wenn er stirbt. Zweitens erhöht das doch unsere Chancen auf einen A-Rang, weil wir einfach weniger Herzchen Schaden nehmen für jeden Treffer. Das macht schon Sinn. Es gibt ein Charakter, der das Kamehameha kann. Aber ich bin mir nicht sicher. Schon über 50 Stunden im Spiel. Ach so, aber da ist man schon ziemlich... Bei Dragon Quest jetzt meinst du? Ah, okay. Cool. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt Dragon Quest 11 wirklich länger spiele, dass ich dann auch den den Kämpfer in Smash Brothers viel mehr appreciaten kann. Wahrscheinlich werde ich ihn da mit ganz neuen Augen nochmal entdecken. Weil wahrscheinlich super viel kleine Easter Eggs und Kleinigkeiten in dem Charakter stecken, die ich jetzt noch gar nicht verstehe. Da bin ich schon gespannt drauf. Smash Brothers baut ja seine Figuren schon eigentlich fast alle immer sehr liebevoll und detailgetreu ein. und mit ein paar netten Ideen immer. Die man teilweise aber nur versteht, wenn man es versteht. Okay, los geht's. Tschü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ich glaube, ich muss mir irgendwann mal Zeit nehmen und hier die Controller-Ocarina lernen. Aber jetzt nicht. Das kann ich dann in Animal Crossing machen. Da ist genug Zeit. Da ist genug Zeit zum Ocarina lernen, wenn ich die erst mal habe. Okay, junger Link. Zeig uns, was du kannst. Warum hat er da eigentlich die Fuchsmaske seitlich auf? Das verstehe ich nicht. Weil mit der Hasenmaske, mit den Hasenohren, könnte er viel schneller laufen. Es ist witzig, dass der im Gegensatz zum Erwachsenen Link ein furchtbar langsamer, schwerfälliger Rein-Hau-Charakter ist. Der Erwachsenen Link ist so ein schneller hua, chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Was? Was ist das? Da, Festung erobert. Pülpül ist schon wieder beim nächsten Monster. Ich würde viel lieber die ganze Zeit als dunkle Gottheit Link spielen. Das wäre irgendwie viel cooler. Aber gleichzeitig würde er eben bei jedem zweiten Angriff zur dunklen Gottheit, also was soll's. Okay, Küken, wo bist du? Da bist du. Lauf halt dann weiter. Was machst du denn hier noch? Jeden, jeden kleinen Gegner musst du attackieren, oder wie? Oh nein, jetzt ist irgendein anderer Verbündeter hingedrängen. Was wo denn? Da! Oh Gott! Ah, Mist. Ich glaube, da muss ich kurz hinschauen. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, wenn der Game Over geht. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz die... ...Missionen? Ne, die Missionen nicht. Oder? Ich glaube, irgendwo gibt's auch so Siegesbedingungen. Flachtverlauf. Flachtfeld. Ah ja, der hat noch eine halbe Energieleiste. Das soll sich mal nicht so anstellen. Ich habe hier einen Hut zu eskortieren. Ich habe inzwischen jedes Dragongast außer Teil 10 gespielt. Ah, cool. Weil das ein Online-Teil ist. Der aus Elf ist noch mit der langweiligste, der von Anfang an Auserwählter ist. Okay. Ich bin trotzdem schon gespielt. Ich bin trotzdem schon gespielt. Ich bin trotzdem schon gespielt. Ich bin trotzdem gespielt. Ich bin trotzdem auch ein Koal-Kön-Platt und ich bin auch ein Koal-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön-Kön. Oh nein! die sind Klötze am Bein das heißt ich muss jetzt alle bewachen ich muss auf den Koron aufpassen ich muss auf meinen Drachenverbündeten aufpassen, ich muss das Küken retten was spinn die eigentlich aber bin ich nur ein winziger Junge mit einem riesigen Schwert da fällt Kommandant, Festungskommandant meine ich, komm her so, eine Festung erobert und wir kriegen auch gleich einen Schatz ein Herzteil okay, nehmen wir das sind eher die Nebenstories auf den Wegen in die Städte okay, cool finde ich ja eigentlich super sowas das ist halt schon praktisch bei so relativ niedrig leveligen Charakteren weil die ständig hochleveln und ständig ist wieder die Special-Leiste voll und somit kann man einfach so reinhauen am Anfang okay das Küken, die Glucke und das Küken müssen sich erreichen oder wie? da haben sie sich erreicht jetzt ich weiß nicht, die ist die Glucke ist dankbar, ist dankbar habe ich, ist die Mission jetzt schafft schon auf jeden Fall haut der hier ganz schön rein auf jeden Fall haut der hier ganz schön rein aber ist cool, ich prügel ihn mit in die Festung rein dann kann ich die nämlich schon erobern, während ich noch gegen ihn kämpfe oh, hat ganz gut funktioniert okay, den Hyrule Hauptmann muss ich jetzt aber wahrscheinlich hoffentlich nicht auch noch retten, oder? oh, die Glucke ist in Gefahr die sollte ich echt retten oh, Mann, ey das ist so furchtbar, ey die Map ist ganz schön stressig die hält einen ganz schön hier auf Trab irgendwie wo ist denn die Glucke? also, da ist der Hauptmann warte mal, geh weg tazin Hauptmann, bleib doch stehen, ich rette dich okay, Hauptmann geheilt wo ist jetzt die Glucke? ich habe keine Ahnung, wo die Glucke ist die Glucke wurde von feindlichen Truppen vertrieben nein wahrscheinlich waren es die hier das werden sie büßen zum Glück kein Game-Over-Kriterium zumindest au das macht schon einfach echt spaßig durch diese riesigen Horden von Gegnern so durchzumähen das war einfach an den Warrior-Spielen schon immer das, das, das lustigste und coolste irgendwie wie sie gerade so rumfliegen einfach diese ganzen Minions das ist einfach irgendwie irgendwie macht es einfach Spaß so stumpf es ist aber stumpf ist Trumpf wie wir wissen insofern mache ich weiter okay, die Glucke konnten wir leider nicht retten aber zumindest sind unsere beiden Verbündeten glaube ich bis jetzt noch nicht in Gefahr oder da kam glaube ich noch keine Meldung ich hoffe ich habe keine übersehen oder so hier haben wir jetzt auch entschärft hier unten die Situation dann müssen wir da oben noch einen besiegen dann sind die Hauptleute erstmal besiegt und dann kommt der Feldmarschall oh, warte mal da hinten braucht einer Hilfe okay, dich habe ich gesucht Super Saiyajin oh mein Gott it's super effective es ist so irre einfach weggesäbelt okay mal schauen wie weit wir uns noch hier durchschnitzeln können ah jetzt, okay jetzt muss ich meinen Super Move benutzen ah, okay ich werde mit dem Mond geworfen und halbier den einfach mit meinem Schwert aber nicht schlecht und aus irgendeinem Grund sterben deswegen alle Gegner aber okay warte mal jetzt wird unsere Basis glaube ich bombardiert oder ich werde bombardiert na, ist mir lieber als die Basis aber trotzdem müssen wir jetzt die Riesenpflanze die hier bombardiert besiegen au verdammt wo ist sie nicht au hey, das dauert vielleicht ein bisschen bis ich da unten bei dir bin das ist ein bisschen gemein dass ich hier so zugebombt werde muss ich vielleicht Haken schlagen wie ein Hase äh, bin mir nicht sicher ich glaube es ist eher random und ich sollte einfach laufen und hoffen einfach laufen und hoffen und vielleicht noch ein paar Gegner auf den Weg mitnehmen damit die nicht irgendwie meine Hauptleute töten und dann bin ich plötzlich wieder den Oger ich verstehe überhaupt nicht, warum man das nicht gemacht hat gerade aber cool hau sie weg ok dann weiter in Richtung feindliches Hauptquartier wo glaube ich, dass die 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 Artillerie hierher kommt aber ich bin mir nicht sicher verdammt ich muss erst in unser Hauptquartier befürchte ich das ist schon wieder im Bedrängnis die halten hier einen echt ganz schön auf Trapp in dieser Map und dieses Bombardement ist echt lässig ah, come on hier ist ja gar nichts und wegen dem Bedrängnis die drei Skelette werden euch wohl nicht hier in ein Bedrängnis bringen also wirklich ich glaube, das scheint nee ich wollte gerade sagen das scheint zu funktionieren wie ich es jetzt mache mit dem Ausweichen aber nee funktioniert gar nicht gar nichts funktioniert gar nicht 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 Schnell, wir sind gleich da. Mist, da ist die Pflanze überhaupt nicht. Hier ist es wahrscheinlich irgendwo anders. Ich glaube, ich bin jetzt schon zum Endkampf gegangen. Ist auch okay. Kennst du eigentlich The Seven Deadly Sins? Äh, weiß ich jetzt nicht. Was ist denn das? Ich brauche mehr Infos, vielleicht schon. Schon mitbekommen, dass die E3 abgesagt wurde. Ja, klar, habe ich mitbekommen. Das ist, ja, schade, finde ich. Aber es haben im Vorfeld einfach auch schon so viel Publisher abgesagt, dass das auch schon abzuwarten war. Da gab es auch schon lange Gerüchte. Dass das wahrscheinlich so kommen wird. Das ist halt zur Zeit einfach blöd. Der Coronavirus ist halt für die meisten Menschen total ungefährlich, aber für ein paar halt sogar unter Umständen tödlich. Und das ist halt natürlich, äh, tragisch. Und das sollte man eben vermeiden. Und da, und weil er halt einfach so hoch ansteckend ist und weil es niemanden gibt, also, weil es keine Immunitätsrate gibt und sich jeder infizieren kann, keiner immun ist. Und wenn der sich dann richtig ausbreitet und die Alten und Schwachen und so weiter, das ist nicht gut. Da muss man halt nicht übertreiben. Da ist es gemachtes Sinn, dass man auf Nummer sicher geht. Es ist halt immer gefährlich, weil sowas dann die Panik wieder schürt und dann drehen alle komplett durch. Vor allem die, die eigentlich überhaupt nicht betroffen sind, haben dann wieder Todesängste. Aber eben. Es ist schon vernünftig auch, weil halt eben die Ansteckungsrate so hoch ist. Ja gut, ich glaube, die Map habe ich jetzt quasi geschafft. Nur gut, von mir aus. Hallo Felix, wie geht's? Ein Anime. Ja, warte, warte, den kenne ich. Ich habe den aber noch nicht gesehen. Aber ich kann damit was verbinden. Ich habe jetzt Bilder im Kopf davon. Den gibt es, glaube ich, auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht. Läuft auf Netflix, genau. Ein recht typischer Shonen-Anime. Aber viel mit Dragon Ball Classic, äh, von Dragon Ball Classic. Ah, da muss ich mir den vielleicht doch mal anschauen. Ach ja, Netflix. So viel Schund, wie es auf Netflix gibt. Und es gibt viel Schund auf Netflix. So viel coole Sachen haben die auch. Und es ist schön, dass die auch so eine Anime-Offensive jetzt momentan fahren. So viel Schund.